Warte mal, die hat nur zwei Schuss. Die hat nur zwei Schuss. Was soll ich denn mit zwei Schuss, Junge? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja, egal, ich gehe weiter. Oder One-Shot ist zu. Okay, wenn ich generell nicht treffe, dann One-Shot ist zu sowieso nicht. Junge, lass mich durch. Lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Ich brauche hier ein Maschinengewehr oder Munition für die Pistole. Dichotonikum. Ähm. Ja, halt die Schnauze, Junge. Ich bin hier ein bisschen im Stress. Also, ich habe keine Zeit zu lesen. Ähm. Hä? Sehe ich da irgendwas drauf? Oder warum kann ich das jetzt... Für was kann ich das aufhören? Hä? Aufhören. Bootsfahrer in Amazonas. Okay. Äh. Okay. Ey, das Ding ist, ich habe übelst Stress und hätte gerne viel mehr Munition. Würde ich echt sehr fühlen. Würde ich echt sehr, sehr fühlen. Wenn ich hier nicht ohne Munition und ohne Waffe rumlaufen müsste die ganze Zeit. Was ist denn hier? Kann ich hier das nutzen? Ne. Das kann ich nur vorne dann nutzen. Ja, ich hätte halt gerne irgendwann mal... Hier war ich schon. Äh, wo finde ich denn dieses Maschinengewehr dann? Egal, ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Schneller weiter. Okay. Ja, aber wo finde ich... Hä? Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt alles mitgenommen habe oder nicht. Aber gehen wir einfach weiter. Unser Leben ist gerade ein bisschen wichtiger. Unser Leben ist gerade ein bisschen wichtiger. Ja. Oh mein Gott. Okay. Wir sind... Okay. Ich schätze mal, wir müssen ganz nach oben gehen oder so. Okay. Einfach weiter. Einfach weiter. Da wird wahrscheinlich auch verschlossen sein, oder? Ne. Da ist nicht verschlossen. Da finden wir hier das Dach. Ähm. Okay. Es ist schon wieder alles zu dunkel. Oh mein Gott, was zum... Was? Okay, hi. Warum? Hallo. Du musst dich erinnern. Dann können wir schon eine Familie sein. Ich erinnere mich mit der alten Videokassette. Das heißt wohl, wir gehen wieder in die Welt der Filme. Was ist, wenn ich hier hingehe? Okay, ich dachte schon, sie biegt... Oh. Was ist... Okay. Äh, ja, dann gehen wir mal kurz wieder in die Welt der Filme. Let's gooo. Welt der Filme. Die Welt der Filme. Best Subject. Okay. Das klingt nicht so geil. Dein Zustand wird schläft. Hey, Bro. Ich muss mich beim Angriff infiziert haben. Äh, okay. Was für ein Angriff, Bro? Und es ist schon so weit fortgeschritten. Yo, okay. Oh mein Gott, so was haben wir auch am Angriff. gehabt als Ethan. So dieses Teil, das er einem zeigt, wie es einem geht und so. Ja, ja. Aber das geschieht mir recht. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber ja. Okay. Es ist deine Schuld. Okay. Es ist nicht, dass ich dich sterben lasse. Okay. Ich... Okay, verstehe jetzt nicht ganz, was passiert, aber okay. Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Was? Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hä? Um was geht's jetzt überhaupt? Hier. Okay. Danke. Der Gewebeproben. Okay. Finde sie. Ähm, okay. Alles in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Okay, Evie. Wo bist du? Evie. Ich weiß mal, was heißt das Mädchen? Haben wir hier was drin überhaupt? Was? Ich hab das Maschinengewehr. Die Gewebeprobe und ein Überlebensmesser. Geil. Kann ich dich... Na, schade. Ich kann ihn nicht abstochen. Okay. Okay, 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 okay. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier im gleichen Abteil. Wir sind es damals auch... Sie ist in der Nähe. Okay, wenn ich da in der Nähe bin, dann gehe ich erstmal da rüber. Dann gehe ich erstmal hier rüber. und erkunde mal ein bisschen. Vielleicht finde ich ja was. Vielleicht finde ich mal was? Oder gibt es hier nichts zu finden? Okay, ich glaube, ich muss hier gehen. Hä? Okay. Hä? Was jetzt? Bin ich jetzt... Habe ich mich jetzt verlaufen? Oder warum komme ich nicht zu ihr? Gucken wir drauf. 25, 24, 23. Hallo? Okay, Pillen. Äh, ich kann doch was sammeln. Und Kraut auch. Okay. Aber was bringt mir das in der Welt der Filme? Das verstehe ich noch nicht ganz. 15, 13, 12. 7, 8, 9. Da. Oben oder was? Aber wie komme ich hoch? Es wirkt so, als wäre sie... Obwohl, ist sie hier drin? Äh, da wollte ich auch nein. 7, 8, 7, 6. Hey, sie ist hier drüben irgendwo. Jetzt werde ich mich erst auf dem Deck umschauen. Okay. Okay, okay. Aber von hier bin ich doch gekommen. Oder? Ja, was? Okay, ich bin glaube ich schon wieder komplett verwirrt. Hier konnte ich nicht rein. Hä? Jetzt verstehe ich es wieder nicht. Okay, ich gehe hier rein. Dann kann ich hier nicht rein. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Ach so, Munition noch mehr. Perfekt. Ähm. Da sind auch noch mehr Pillen. Ja, ich gehe mal hier raus. Ja, ich gehe mal hier raus. Bei dem anderen Weg bin ich vorher gegangen. Obwohl, hier war ich auch vorher. Ja, hier sollte ich vielleicht... Ähm. Was zur... Vielleicht sollte ich das hier? Nein. Aber da war ich gerade vorhin. Hä? Aber da bin ich ja auch vorhin rausgegangen schon. Da war ich gerade schon. Und habe nichts gefunden. Warte, was? Kann man raufklettern? Ja, cool. Danke, dass du mir das sagst. Wo hätte ich das jetzt wissen sollen? Okay. Hä? Warte, was? Was? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Das hat mir ja nichts gebracht jetzt. Hä? Das hat mir ja gar nichts gebracht gerade. Oder? Oder bin ich jetzt woanders? Ich verstehe es nicht ganz. Nee. Da bin ich ja einfach jetzt nur darüber geklettert. Da kann ich... ...noch immer nicht rauf. Was soll ich denn tun? Da konnte ich rein. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen oder so? Hallo? Was passiert hier? Hier bei einem Westen vielleicht? Hä? Hier kann ich ja auch... Hier kann ich ja nichts reinmachen. Nee. Ich habe literally keine Ahnung, was ich hier verpasst habe oder so. Oder gibt es generell mehr Sachen zum Raufklettern vielleicht? Oder hä? Ja, hier kann ich nicht rein. Hier kann ich nicht rein. Kann ich woanders hoch? Hier kann ich vielleicht irgendwo anders... Oder ich kann hier durch... Oh mein Gott. Ja, kann ich jetzt entriegeln. Perfekt. Ähm... Kraut. Was zum... Okay. Was bringt mir das jetzt hier? Ich habe nur ein Kraut gefunden. Sonst ja gar nichts. Oder? Hä? Verdammt! Muss ihn zurücksetzen. Okay. Wie geht's voran? Ja, nicht gut. Viel mehr als ihr Körpergewicht zulässt. Äh... Kimbrow. Wir werden vielen mehr von ihren hässlichsten Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Okay. Wir müssen sie finden. Und zwar schnell. Ja, okay. Dem stimme ich zu. Wo ist sie? Ja, wo ist sie denn? Oder kann ich jetzt zum Aufzug hin? Weil es stand ja zuerst, dass wir mich auf dem Deck umsehen. Und gosh. Das ist satisfying. Warum hatten wir sowas mit Ethan nicht? Äh... Wo war denn das jetzt? Da kann... Da war ja ein Aufzug oder so. Vielleicht kann ich den jetzt benutzen, weil ich das gemacht habe gerade. Warte, was? Achso, ihn aufklüssen dann. Ähm... Oh yeah. Oh yeah. Okay. Okay. Das ballert. Das ballert heftig rein. Holy shit. Oder muss ich zu dir zurück? Soll ich mich mit dir unterhalten? Okay. Anscheinend muss ich nicht mit dir reden. Dann ist vielleicht meine Aufzugtheorie dann richtig gewesen. Oh. Ähm. Hallo. 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 Ich will auch hier. Rauf. Hallo. Darf ich? Darf ich? Bitte? Ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich hab's. Alex. Darf ich hier... Ja? Ja, okay. Mhm. Ähm. Okay, nice. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Du hast keine schöne Zeit. Ja, auf damit. Oh, ich hab ein bisschen übertrieben. Egal. Äh. Ist hier irgendwas genommen worden oder so? Oder? Achso, ich... Ja, wo muss ich hin? Ich fahr ja gerade ein 2, oder? Ich glaube, ich muss sagen. Wenn ich mich jetzt verfahr, ey, dann raste ich aus. Ähm, das Ding ist, das ist nicht mal so geil, das Teil hier. Also, ich habe schon Geileres gesehen. Ja, wirkt, dass ich richtig wäre. Das hätte ich jetzt mal geschätzt. Dann gehen wir mal weiter. Und ballern dich tot. Ähm, bist du tot? Perfekt. Achso, hier geht es nicht mal lang. Der ist einfach aus einer dunklen Ecke gekommen. Generell dunkel. Hier sind generell viele dunkle Ecken schon wieder. Ah, schon wieder mit Munition, na? Achso, wow. Ich dachte, dass wir eine Tür. Lust. Ähm. Okay. Das ist einer von den stärkeren. Vor dem habe ich dankbar gelassen. Lieber nicht zu nahe. Ich habe extra früher angefangen zu schießen, weil ich nie... Weil ich genau das verhindern wollte. Aber nein, nein, nein. Da bringt... Warum schießt du denn dagegen, ey? Sei doch nicht so pisst. Äh, Bombe mit... Okay. Äh, warte mal. Kann ich mir... Warte, hä? Kann ich mir das Kraut nur so snacken? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Okay. Hier. Mehr Muni. Nehme ich immer an. Oh, shit. Ja, du wirst geballert. Du hast hoffentlich keinen Spaß bei deinem Spiel. Du hast hoffentlich gar keinen Spaß dabei. Okay, weiter. Weiter, 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 weiter. Hä? Du lebst noch? Oder bist du ein anderer? Okay, nee. Ich habe nur noch gefühlt zwei Kugeln gefehlt. Aber okay. Ähm, Bro? Bro, alles gut bei dir. Okay, du bist so anscheinend. Wir ignorieren dich. Juckt uns anscheinend gar nicht. Gleich wie bei ihm. Ganz normal. Passiert. Ähm. Ich muss hier rein vielleicht? Ne, hier brauche ich auch so einen Teil. Ah, das wird jetzt irgendwie alles ein bisschen verzwickter. Alan. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Ja? Versuch, der Schlüssel aufzuschmelzen. Aufzuschmelzen? Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Ja? Was sind wir? Unseren Gepäck. Wo ist unser Gepäck? Kann ich jetzt hier durch? Ähm. Ich schätze mal, da soll ich nachgucken. Aber da wird jetzt ein Monster drin sein. So auf Jumpscare-Basis, oder? Komm, erzähl mir nix. Okay, doch nicht. Ätzmittel? Okay. Das klingt ziemlich ätzend. Äh, lustig. Oh, ich kann jetzt eigentlich ein Halbmittel machen. Let's go. Perfekt. Okay. Mit dem Ätzmittel kann ich das jetzt einfach rauffahren, oder was? Perfekt. Okay, schön rein, Ätz. Uh, geil. Nice. Und das kann ich rein? Perfekt. Okay. Weiter, weiter, weiter. Du bist so böse auf mich, Mami? Ja, bin ich. Ich bin nicht böse. Ich schon. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr in ein Labor. Mami. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Ähm, okay. Ja. Ja, das würde ich auch... Oh, okay. Hä? Wo bist du ewig? Brauche ich auch noch ein Ätzmittel, oder was? Ja, wo soll ich denn hin? Oh, zurückgehen. Ja, bin ich jetzt eingesperrt, oder was? Komm raus. Hä, wohin denn? Hast du sie gewonnen? Ja, nee, Bro. Ja. Ja. Nee, Alan, nicht sterben. Ja, wirkt nicht so, oder? Hallo, kann ich die bitte raus? Hallo. Kannst du bitte... Mach weiter. Ja, lauft doch, Junge. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Situation, wo man chillig gehen sollte. Ja, gleich kommen wir wieder solche Monsterdinger. Ja, war so klar, ey. Ihr seid viel zu politisch, der so. Komm, komm, was willst du? Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Ey, ganz ehrlich, das ist die schlechteste Waffe in Resident Evil. Mit den Pistolen hätte ich... Warte, du lebst noch immer? Hä, wow. Ernsthaft, er hat nur angetäuscht, noch zu leben. Ey, ganz ehrlich, das ist wirklich trash. Das ist wirklich trash einfach. Kann ich nicht einfach das Ätzmittel bei denen nutzen? Das wäre wahrscheinlich effektiver. Effektiver. Herr Boden. Hä, hier? Ja, Fragezeichen? Oh, oh, oh. Die Welt ist am Untergehen. Und ich habe keine Muni mehr. Yo, bro. Das ist vorbei. Oh, ähm. Das ist ganz dringend vorbei. Nimm bitte dann einen halben Mittler ein. Hallo. Ähm, bro, bro. Ähm. Yo, äh, könntest du dich beeilen? Yo. Ja, das ist auch schon wieder Betrug. Wie denn? Ja, also, ganz ehrlich, wenn ich da drei Stunden warten muss, natürlich sterbe ich dabei. Hä? Go, hotel and roadie. Go, hotel and roadie. Go, hotel and roadie. Everybody. Everybody. Bis zum nächsten Mal.